Was haben wir hier? Erste Reaktionen dürften Godzilla-Fans in Panik versetzen. Das ist so ein Bild-Zeitungsartikel. Wir hatten den geschrieben, Kino.de. Ja gut, die sind von ZDF. Der Trailer ist da. Oh, der Trailer ist online. Der Trailer geht einfach drei Minuten. Was zum Teufel? Drei Minuten. Das ist ja der ganze Film. Also, schreibt mir eure Gedanken dazu. Ich bin jetzt abgemeldet. Ich starre jetzt nur auf den Bildschirm und gebt mir diesen Trailer jetzt rein. Drei, zwei, eins und Action. Ja, nicht geschafft draufzudrücken. Schon versagt. Los. Während der Geschichte der Menschheit Glauben wir immer, das Leben existiere nur auf der Oberfläche unseres Planeten. Alter. Worin haben wir uns noch geirrt? Bin ich gerade in einem Transformers-Film gelandet oder was geht hier ab? Boah, Alter. Okay, es geht also krass viel in die... ...als wir uns überhaupt vorstellen können. Ach, es soll sie sein. Okay, verstehe. Oh. Das ist er auf jeden Fall nicht gewesen. Das ist nicht Kong. Also, es geht in die Hohlerde zurück. Und da ist schon eine Armee von Kongs. Ich schwöre euch, der nimmt die fucking Erde ein. Kong allein kann das nicht aufhalten. Er ist nicht allein. Ah. Okay, Godzilla wird also nicht eingefroren und rausgenommen. Godzilla verschanzt sich scheinbar. Und nimmt eine neue Form an. Leckt mich am Arsch. Okay, der ist groß. Der ist sehr groß. Boah, Alter. Der hat ein neues... Das ist ja schon krass. Welcome to my world. Okay, das... Oh, ich glaube, das wird jetzt... Das ist, glaube ich, schon kontrovers, oder? Ist das ein Minicon? Ist das ein Minicon? Ich glaube, der Trailer war doch kontrovers. Ich glaube, dass damit jetzt einige von euch auch nicht zufrieden sind. Ihr könnt ja mal kurz in den Chat schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde es gar nicht verkehrt, was da gezeigt wurde. Ich bin von Godzilla so ein bisschen überrascht. Also, haben die jetzt wirklich Godzilla den gesamten Film über ein komplett neues Design verpasst? Ich habe so ein Bild gesehen gehabt im Internet, wo jemand gezeigt hat, wie Mechagodzilla in Godzilla vs. Kong Godzilla so mit der Faust ins Gesicht schlägt. Und dann stand irgendwie so drunter, dass Godzilla aufgrund dessen jetzt irgendwelche Komplexe hat, weil er da eine Faust gefangen hat und jetzt eine neue Form annehmen muss und dann quasi sich in diesem Eis zurückzieht, um eine neue Form anzunehmen. Was eine dumme Theorie. Und jetzt stimmt die wirklich, oder was? Das ist jetzt... Das ist ja schon... Moment, wir müssen da nochmal reingucken. Ich will den ganz kurz nochmal sehen. Dieser eine Shot, der hat schon was gehabt. Das ist ein Comic. Wir wollen neue Actionfiguren verkaufen. Shot, das ist der hier. Aber scheiß doch drauf. Das sieht doch echt geil aus. Das sieht doch schon geil aus, Mann. Also... Das ist das Design von Godzilla Millennium, oder? Haben die das jetzt damit kopiert? Das Millennium Godzilla Design? Ja, ne? Krass. Okay, okay. Godzilla ist um einiges mobiler und schlanke und schlachsig. Echt, findest du? Ich finde halt die Arme ein bisschen blöd. Das sieht ein bisschen komisch aus, gerade in dem Bild. Aber an sich... Jetzt wirklich direkt so einen krassen Bruch reinzumachen. Okay, gut. Wir haben jetzt aber auch Godzilla in der Variante, wie wir ihn kannten, hatten wir jetzt ja schon gehabt. Drei Filme lang. Bloß noch die Serie Monarch. Wird mal Zeit für ein neues Design. Aber auch Kongs Arm. Ähm... Das wird jetzt so bleiben, glaube ich. Ich glaube, dass das jetzt... Das sind die neuen beiden Varianten. Und mir gefällt es, dass die das anders, dass die jetzt so aussehen, finde ich geil. Ich glaube nach wie vor, dass dieser Film mich nicht besser stimmen wird als Godzilla Minus One. Weil das eben sehr... 0,8,5... Na, vielleicht auch nicht immer. Das wird schon sehr Mainstreamig werden hier. Was aber okay ist. Ähm... Wir gucken den Trailer jetzt gleich nochmal. Und dann quatschen wir über die einzelnen Szenen. Mir ist da so ein bisschen was aufgefallen. Hm. Aber ich fand, dass hier Skarking bescheuert aussieht. Der sah nicht so geil aus. Ist halt krass, wenn du zuerst die beiden so siehst. Und dann haben wir Skarking gesehen. Der so aussieht. Wo ist er denn? Da. Also jetzt habe ich das Gefühl, dass der eher Angst vor... Naja, vor den beiden haben sollte. Oder? Ich glaube, der Trailer zeigt uns auch schon wieder zu viel. Ich glaube, dass diese Szene hier... Also entweder kommt die Szene, die wir hier gerade... Äh, die wir gerade sehen. Am Anfang. Was ich aber nicht glaube. Ich glaube, das hier ist eine Szene, die erst am Ende kommt. Es könnte sogar sein, dass Godzilla am Anfang auf die Fresse bekommt von dem Film. Und sich dann daraufhin erst dieses Eisding da zurückzieht. Und dann eben... Ähm... ...sich so verwandelt. Mir fallen auch gerade die Kristalle im Hintergrund auf. Ey, ich will da jetzt nicht zu viel rein interpretieren. Aber... Ey, wir hatten auch einen Überraschungsauftritt von... ...von Mechagodzilla hatten wir gehabt. Der eigentlich geheim gehalten werden sollte. Waren wir hier jetzt... ...Space Godzilla? Der Arscht der Trailer uns vielleicht? Und wir sehen hier gar nicht... Das ist Godzilla. Auf jeden Fall, ja. Oder ist das Space Godzilla? Ich habe gerade echt keine Ahnung mehr. Oder sie gehen in dem Film... ...die Richtung und sagen einfach... ...dass Godzilla... ...also unser Godzilla... ...der wird zu Space Godzilla... ...im Monsterverse. Das heißt, Space Godzilla ist hier keine eigenständige Figur mehr. Sondern Space Godzilla ist jetzt hier Godzilla. Das sieht schon geil aus. Okay, wir gucken nochmal ganz kurz... ...Stück für Stück rein. Jetzt macht es aber auch Sinn, warum die das hier gewählt haben. Diese Farbgebung andauernd. Jetzt macht die total Sinn. Ich habe eure Kommentare so ein bisschen auf dem Schirm gerade. Ich muss ganz kurz mal hier eins durchgehen. Eins nach dem anderen. Der Film wird, glaube, so scheiße dumm und scheiße egal. Äh, scheiße geil. Was? Das könnte die nächste Evolutionsstufe sein. Das glaube ich halt auch. Ja, ja. Aber das scheint dann Space Godzilla zu sein. Godzilla passt sich an wie damals in Godzilla vs. Kong. Als er sich absichtlich von Blitzen hat treffen lassen, um ein Magnetfeld erzeugen zu können. Wo ist das Park gegen King Kong? Okay. Um Mechagodzilla zu besiegen. Meinst du Godzilla vs. Kong? Meinst du aus dem Monsterverse? Ist das da passiert? Weiß ich gar nicht mehr. Er sieht wie Millennium aus. Dankeschön. Finde ich auch, ja. Millennium auf alle Fälle. Wahrscheinlich nimmt dann Godzilla alles auseinander. Ich glaube, die brauchen da schon jetzt irgendwie beide so ein bisschen. Ich glaube, dass dieser Arm von Kong, dass der irgendwas kann. Dass Kong jetzt auch mal so in diese, in die Liga da mit reinkommt von den ganzen Kaiju. Weil Kong hat schon böse abgestunken gegen Godzilla in Godzilla vs. Kong. Jetzt bekommt er einfach so ein Upgrade. Ey, wenn es davon nicht ein geiles Spiel gibt, Mann. Wir brauchen endlich geile Monsterverse Games. Wo du die Kaiju auch so aufpimpen kannst, wie jetzt hier in dem Film. Wieso haben wir sowas noch nicht? Auch dass Godzilla auf den Eisberg kommt, ist... Was? Eine Anleihe an die alten Filme. Okay. Ja, an den zweiten Godzilla-Film, ne? Wo Godzilla aus dem Eis kommt. Ne, das ist nicht der zweite. Nein, in Godzilla vs. King Kong. In dem alten kommt der auch aus dem Eis, oder nicht? Minus One hat einen eigenen Sound vom Film her. Hat aber auch diesen Original-Track noch mit dabei. Okay. Ich weiß nicht ganz wegen Godzilla, weil auf einmal Pink, er war ja immer blau. Außer im Burning-Modus. Ey, ich finde, das Pink sieht mega mächtig aus. Ich finde generell die Farbe Pink, ähm... Die kannst du richtig cool einsetzen. Finde ich. Wenn du die so kombinierst mit so dunklen Farben, ist das schon echt saucool. Vielleicht war das gar nicht Scar King. Doch, 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 das war Scar King. Ähm... Und wir haben... Wir gucken den Trailer jetzt vielleicht nochmal. Sekunde. Ich gehe kurz nochmal die Kommentare hier fertig durch. Godzilla ist eigentlich am Anfang des Films noch blau. Okay. Sag ja so Thanos-Ding, das sind diese Steine. Welche Steine meinst du? Ich vermisse das Blau von Godzilla. Äh... Rot sieht aber auch geil aus. Ich vermisse das Blau jetzt nicht unbedingt. Das haben wir ja lange genug gehabt. Das Rot sieht schon mega mächtig aus. Ähm... Godzilla hat sich, glaube ich, einfach besser angepasst. Dass seine Feinde immer stärker werden. Ja, tatsächlich, ja. Ja. Godzilla hat Mechagodzilla nicht besiegt, sondern Kong. Ich habe, glaube ich, nichts anderes gesagt. Aber auch Kong hat ihn nicht alleine besiegt. Es stimmt eigentlich auch nicht. Und Kong hat den finalen Schlag gemacht. Besiegt haben sie ihn zusammen.